Der neue Kammerchor, ein Auswahlchor aus ca. 50 Schülern des Schillergymnasiums, kommt aus Heidenheim an der Brenz, einer Stadt im Süden Deutschlands. Der Chor steht für ein breites Repertoire an Vokalmusik auf höchstem Niveau. 2009 errange beim internationalen Chorwettbewerb in Bad Ischl die Goldmedaille. Seine jährlich stattfindende Konzertreise führt den neuen Kammerchor 2010 nach Armenien. Der Kontakt mit der armenischen Kultur bedeutet für den Chor und dessen künstlerischen Leiter Thomas Kammel eine einmalige Erfahrung.